In den 80er Jahren galt Bo Derek als echtes Sexsymbol. Mit dem Film 10, die Traumfrau, wurde sie weltberühmt. Darin verkörperte sie die wunderschöne Jenny Henley, die die Männer um den Verstand bringt. Mit Streifen wie Tarzan, Herr des Urwalds oder Ekstase feierte sie ebenfalls große Erfolge. Mittlerweile ist Bo 65 Jahre alt und sieht immer noch fantastisch aus. Zuletzt stand sie für Filme wie Five Weddings und Sharknado 6 vor der Kamera. 2020 war sie in J.L. Family Ranch 2 zu sehen. Von 1974 bis zu seinem Tod im Jahr 1998 war sie mit Schauspieler und Regisseur John Derrick verheiratet. Seit 2002 ist die Schauspielerin mit Sex and the City-Star John Corbett liiert. Die beiden leben gemeinsam auf einer Ranch in Santa Barbara, Kalifornien. Bo Derek ist auch heute noch ein echter Hingucker. Ihr Beauty-Geheimnis verriet sie vor einiger Zeit der Bild. Ich benutze ganz viel Sonnenschutz, gehe täglich schwimmen und reiten, habe fünf eigene Pferde. Auf ihrem Instagram-Kanal hält die 80er-Ikone ihre Fans auf dem Laufenden und postet regelmäßig Bilder und Videos aus ihrem Leben. Jotals Mike Jotals Mike Bis zum nächsten Mal.